ja herzlich willkommen zurück zu Skyrix Let's Plays mit Beyond Good and Evil Part 12 müsste das sein wenn nicht dann klatsche ich mir selber eine beim bearbeiten und ja ich mache jetzt einfach weiter ich schließe an an Part 11 und ja was gibt es noch groß zu sagen dürfen wir den töten ja den töten wir okay den haben wir so einmal den QR-Scan Spaß beiseite okay einmal bitte Nachricht geben Donkurs M7Q8 7Q8 bestätigen jo gut gemacht Gouverneurin so heppa kommt komm komm und das bringt mir jetzt was Verlade-Dock Deck-Dock was auch immer irgendwie ist mir jetzt aufgefallen ich spiele jetzt dieses Spiel nicht zum ersten Mal und irgendwie letztes Mal als ich hier gespielt habe hat es einige Zeiten mehr gedauert kommt mir zumindest so vor lol ja das wollte ich eigentlich fotografieren Hallo Peach das ist mein Schwein Jungs meins ja das ist Bildgewicht ja das ist etwas mystisch meine besten Männer haben alle Eindringlinge 9 Tja fast alles unter Kontrolle Eure Exzellenz diese kleine Katurin setzt lol okay ich glaube das war der ähm ja ja so wie zum Thema Alpha Abteilung und Doms die verstehen sich ich glaube eher diese verstehen beruht auf Einseitigkeit hatte mir jetzt gerade in der Kugel ins Gesicht gefeuert es wäre jetzt so als hätte die gerade ihre Kugel ausgekotzt ja Paige ist davon hin und davon und wir können nichts tun verdammt was ist das denn bitte schön äh lol ah ok genau den an den erinnere ich mich noch wir haben einen Boss zu besiegen ja da sieht man mal zu was diese Aliens in der Lage sind ja wir sollten jetzt mal kämpfen ich bin cooler als du du hast Mundgeruch ja tolle muss ich machen hau ab ja toll Pieders ja ok wir haben jetzt genau wir können jetzt hier nämlich Action drücken so und damit können wir hinrennen hallo ah oder so genau nochmal dasselbe und nochmal hallo ich habe dich doch gerade so nochmal hallo so jetzt aber stirb jetzt also es war jetzt irgendwie ziemlich leicht den zu besiegen muss ich sagen ja du hast Mundgeruch wir wissen es gut gemacht von aus grün wird blau oder so ist es doch genau meine freunde wir haben dieses schrottmonster besiegt ja double age dankeschön sie haben page ohne sie wäre ich es gewesen wie eine Freifahrt in einem ihrer Luxus ja und zwar ohne Rückfahrkarte ich finde dich page egal wie haltet euch gut ja das war sozusagen der erste Abschnitt dieses Spieles nach elf Parts oder zwölf Parts wie auch immer ähm also könnt ihr euch noch auf mindestens 50 Parts also auf bis zum 50. Part gefasst machen ähm es geht jetzt als nächstes zum Schlachthaus meine ich wenn sie ziemlich zu Ende ist dankeschön ein Herzchen für uns zum Essen und wir können speichern und ich glaube wenn wir hier durch diese Tür gehen ähm war es das auch aber ich glaube wir haben jetzt nur sechs Minuten gespielt oder so und deswegen spielen wir jetzt einfach mal weiter egal wird es halt etwas länger so Sprecher wir so wir reden jetzt mal mit unserem Freund so bestätigt aber ich glaube es gibt einen Zugang HorrorCraft reinstecke in der Nähe der Schlachtreise ja das wissen wir bereits äh da muss man drauf drücken so Aufzug bitte danke so ich würde sagen wir sind fertig mit der Fabrik Westflügel hier wir sind auf dem richtigen Weg der Ausgang ist nicht weit ich weiß ich weiß kennst du diesen Raum wieder? ja zufällig schon hinter dieser Tür liegt die verfluchte Maschine mit der sie mein Hirn waschen wollten toll und wo soll ich jetzt hin? hä? lol wo muss ich denn jetzt hin? auf meine Freunde wo wo muss ich hin? achso ja runter hier entlang der sagt mir schon wo ich hin muss hier entlang oder wie? ok ok also müssen wir doch ins Labor hä? ja und wie sollen wir das jetzt machen? hallo? wo hm ja ich weiß grad gar nicht was wir hier eigentlich sollen ich hab nullo Ahnung also also muss schon irgendwas mit denen hier sein ist da oben irgendwo was eigentlich nicht da ist ein loch muss man glaube ich nicht rein sieht nicht so aus kann überhaupt drauf ja ich muss doch mal du musst mir doch mal was sagen du willst mich nicht sagen dann gehen wir wieder raus dann machen wir halt mal das was ich will so hallo kommt und drück ach so geht es tatsächlich so scheiße wieder hoch ich will aber nicht hoch meine güte verdammter von jod dann leichter aufzug raum da unten liegt eine verlorene perle ja aber da kann ich nicht runter das eigentlich speichern ich jetzt hier spiel speichern also speichern 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 so ja ich jetzt eigentlich nur noch zum horrorkraft horrorkraft ach verdammt das ist der elektrik raum da muss ich nicht rein der aufzug ja du wo müssen wir denn überhaupt hin das ist jetzt hier eigentlich eine große gute frage das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus ja das sieht gut aus zwischen sequenz sieht gut aus das ist ein Mitglied des einwesnetzwerks könnte sein frag mich nicht Autsch ich weiß nur wie viel sie da sind wieder voll da sehr romantisch mein Spaß also wir sind wieder da wo wir reingekommen sind unglaublicherweise ja ist okay, ist okay stirbt, 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 stirbt ihr könnt mir nichts weil ich habe schon gegen viel fiesere Typen als euch gekämpft mach mach im bloßen Kopf ist okay so rein mit uns wir müssen hier irgendwo eine Sicherung finden ich hab doch eine und jetzt mohaha ja ja ein virus sozusagen er muss zu die jungs von iris vielleicht können sie etwas tun um mir zu helfen ja ja da hör mal auf zu labern dann kann ich auch weitermachen oh mein Gott oh ich habe noch 4 minuten 28 äh äh die sollte ich jetzt nicht kaufen muss ich lachen ich hab Panik egal ich kaufte jetzt einfach konto konto identifizierung ok eine Büchse Carbabs stellt eine Boostgapsel sorgt für eine kurzzeitige eine Boostgapsel sorgt für eine kurzzeitige eine Boostgapsel sorgt für eine kurzzeitige okay ich habe ich ein bisschen Stress ey 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 oh mein Gott komm mit ich kann nicht sehen ja komm hier nicht komm rein komm jetzt rein aha ich bin doch hier komm mit danke respektiere das Heimteam Kapitel 12 ich weiß jetzt komm mit rein komm jetzt hallo du wirst doch überleben nicht ich ich will auch überleben aber ich bin nicht so dumm und lang ja hä auch nicht schlecht perle ne ja äh äh wo geht es nicht lang ich will raus ich will raus vielleicht da lang hillys genau so ab so iris ich kann ja gut fahren ja super wir sind endlich drinnen so ja wir haben es eigentlich schon fast geschafft ja wir haben noch zwei minuten ne also das hätten glaube ich sogar die größen box geschafft das hier zu ledigen ja komm mit junge hier bin ich miss jade generell weg du ja noch wo sind ja jetzt von wieder hin mental sie jetzt mit Junge ich meine hier müssen das ist eigentlich ganz witzig weil jetzt sind wir alleine reingegangen kommt zu zweit rein schmeldet sich zum Dienst die Alpha Abteilung hat Besitz von dem ja Prozent wir müssen unsere letzte Dosis das sieht schon nicht gut aus wir sind ja auch ein bisschen infiziert innerlich von unserer ersten Begegnung mit diesem was auch immer das war Part 1 ich bin hier alles wird gut oi gut hei 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 hee hei 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 heihl ich habe nur gar nichts, außer ein bisschen Werbung. Ja. Geil. Ah, genau. Genau, jetzt kriegen wir 8 Perlen, oder wie? Jetzt habe ich 8 Perlen. Ist doch cool. Oder wie viel habe ich jetzt insgesamt? 8 oder mehr? 8. Habe ich. So. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal äh... 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 Ich glaube, das war es auch mit dem Part etwas überlenkt. Über 20 Minuten, oh mein Gott. Also wer sich wirklich meine Videos anschaut, und es würde mich wirklich, 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 wirklich freuen, wenn ihr dann gefällt mir drücken könntet, oder, äh, Kommentar mit Bewertung, oder Post... Post... Ja, Post... Mitteilungen an meinen Kanal, dann... wow... Ja, dann... würde ich mich freuen über Feedback und so. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, mit Skyrix Let's Plays. Und tschö. Ja, bis zum nächsten Mal.